Freizeitspaß für Jung und Alt erwartet Sie im Kegel- und Bowlingcenter Hameln. Auf unseren zwei mit Schwarzlichtanlage ausgestatteten Bowlingbahnen können Sie in ganz besonderer Atmosphäre spannende und abwechslungsreiche Spiele genießen. Verbringen Sie einen Bowlingabend mit Freunden oder der Familie. Bei zahlreichen Spielevarianten kommt garantiert keine Langeweile auf. Auch auf unseren sechs modernen Kegelbahnen können Anfänger und versierte Kegelprofis Ihr Können unter Beweis stellen. Ob für Kindergeburtstage oder zum Sportkegeln, buchen Sie unsere Bahnen zu Ihrem Wunschtermin. Die Kegelbahnen bieten Platz für sechs bis zwölf Personen. Auch für das leibliche Wohl ist bei uns gesorgt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.